alle leute es geht weiter mit felix mal gucken was wir jetzt machen sollen in diesem part hier ist scheinbar so ein kleiner eiermann der ist weg ja als wenn ich darunter springen würde sie doch schon so nach tod aus ich muss auf wolken springen nein piep matz weg ich spring lieber unter der anderen wort vertraue ich nicht daumen ist wieder in der tasche ich habe mein panzer wieder und hoch nicht zu hoch und hätte ich noch gut wo bin ich irgendwo und legen nein mein panzers weg weil ich unvorsichtig war ich habe nie angst gut sie macht nichts ich meine panzer wieder ich hatte sprung einlagen rüber gut die macht es kaputt nicht noch mal erwischt spring einfach rüber jetzt sehe ich nicht was mich erwarten wird ein komisches tier hier weg ist er scheinbar ja felix ich komme wer immer diese katzendame ist ich weiß es nicht wie gesagt ich kenne mich mit der felix story nicht aus so wird ich habe ein panzer noch wo wann können wir denn sowas naja was soll's so ist weg ab und ab google nein hier irgendwo ist wieder eine kanone ich will einfach nur leben danke hoch und was dieses recht so gut ist hier um was nichts was mir jetzt gefallen würde wo komm ist weg und danke wenn ich leben darf noch nicht Okay, rüber. Eine Tasche. Ah, diese Piepmätze. In die Tasche rein. Einfach nur rein. Katzenköpfe. Gut, wieder ein bisschen Milch. Und rein. Okay. Hepp. Ah, Vogel. Okay. Hepp und hepp. Und hepp. Ah, dreht die noch wieder um. Gut, der ist weg. Hepp. Ah. Spring. Gut. Spring und spring. Und das Ziel. Dankeschön. Okay. Wieder unnötig viele Punkte. Wie keiner weiß, ich hab mich grad in einen Ballon verwandelt. Wo auch immer. Na, was soll's. Ich nehm's mal dankend an. Ich bleib einfach hier unten erstmal wieder. Ja, scheinbar darf ich hier unten nicht bleiben. Oder kann ich hier lang? Nee, es ist ne massive Wand. Ich muss mich auch beeilen. Ich kann nicht ewig Ballon bleiben. Gut, danke. Ah, okay. Erst mich das Flugzeug, das hier immer sein wollte. Yay. Lieg und sieg. So, und ist ne Tasche, da will ich rein. So, und Katzenköpfe. Bisschen Milch, weil Milch gesund ist. Und rein. Hepp, fliegen. Ja, ich weiß. Man ruft nach mir. Ist das Level da mal zwei? So. Wow. Das war nicht so schön. Ich muss aufpassen, dass ich nicht, dass ich meinen Ballon verliere, weil dann bin ich nicht tot. Wäre schön, wenn das Ende mal kommen könnte. Ja, ich krieg keine von der Milch. Schade. Nur runter. Ah, ich muss hier hoch. Mach ich mal am besten hier, damit er weg ist. Und du auch weg bist. Ja, danke. Verdammt. Achso, hiermit kann ich auch fliegen, okay. Gut zu wissen, dass ich tot bin. Ich schätze mal, dass ich kurz vorm Schluss war. Och, komm. Jetzt wollen wir ineinander sterben, finde ich nicht nur so nett. Ich glaube, erstmal wieder hier unten. Hier unten scheint es mir ungefährlicher zu sein. Hepp. Und. Hepp. Wieder runter. Ja, gut. Ah. Ach, die Katze fängt an zu nerven. Na, nicht die Katze, sondern die Katze, die ich hier wirklich in echten Haaren habe. Eine schwarze Katze. Die fängt an, mich zu nerven. Na toll, er kann fliegen. Er ist weg. Ja, verdammt. Wo starte ich denn bitte? Ja. Gut, dass ich den noch haben durfte. Gut. Und auch rein hier. Das komische Ding. Na, super. Hoch, 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 hoch. Keine Verwandlung. Schade. Ah. Och, nö. Komm schon. Das ist nicht fair. Was? Och, nö. Jetzt habe ich ja schon so viele Leben wieder verloren. Wegen nichts. Gut. Und noch ein. Ich habe gerade eben so viele Leben. Nein, das war es schlecht. Och, nö. Ey, ich war doch im Unbesiegbarkeitsmodus. Ah. Merke richtig, dass das Spiel gerade richtig schön schwer wird. Wenn wir den hier haben, danke. Katze, bitte hör auf zu nerven. Ich werde ja sehr verbunden. Doch, kriege ich vielleicht eine Verwandlung. Das wäre nett. Na, scheinbar nicht. Doch, da. Nein. Gut. Auch, komm. Wieso ist der Gegner auf einmal so schwer? Ja, super, danke. Vielen, vielen Dank, Katze. Ich bin gleich Game Over. Toll. Ich bringe einen Gegner. Weil ich einen Gegner nicht klein kriegen darf. Ich kriege keine Verwandlung. Nee. Werde ich ihn auch nicht schaffen können. Weil er sich so kacke lenken lässt. Vielen Dank, dass ich Game Over sein darf. Ich darf den ganzen Level nochmal machen. Super. Ja, ja. Alles nochmal. das ist doch schön langweilig ja diese blöden scheiß perfekten piepmetze entschuldigung für diese ausdrucksweise gerade aber ich mag diese vögel überhaupt nicht wir haben keinen regelrecht des bewegungs muss ja die fliegen wie sie bock haben und weiter nein ich habe die verwandtung nicht zu haben dürfen kommen ich sterbe gleich schon wieder sie ist doch kommt runter sagt er nicht hier so das tasche und die will ich weinen nein danke verwandtung alles andere ist mir egal hauptsache verwandlung ja jetzt auch fast die verwandtung wieder verloren weil sie ja keine milch für mich heute und nimm einfach nur den katzenkopf und flieg gut danke dass das weg ist katzenkopf danke und hoch piepmatz weg katzenkopf du haus ab ich habe gleich keine energie mehr für den ballon ich habe das flugzeug wieder wäre schön wenn ich mit dem flugzeug zum endgegner könnte das würde mir doch die sache etwas vereinfachen ja danke gut jetzt dürfte ich ihn aber schaffen ein bisschen ruhig schaffen will erst weg so einfach wäre er gewesen aber nein ich muss ja erst mal 100 leben verlieren fand ich ein bisschen schade naja kann man nun mal nicht ändern ach ja ich muss ja selber an der die zeit lockt nicht ab hier ok ja felix lacht sich mal wieder ein blop ok scheint wohl der nächste gegnerin zu sein ich habe direkt vom anfang mein panzer ich mache aber trotzdem pause und sage bis zum nächsten mal tschüss